Die ganze Welt der Logistik – ein Lernerlebnis nach dem Brudermotto Just like the real thing. Bis in Details immer ganz nah am Vorbild. So erlernen Kinder mit den Fahrzeugen von Bruder, wie die Logistik in der Welt der Großen funktioniert. Die einzelnen Fahrzeuge ergänzen sich in ihrer Funktion zu einer eigenen Spielwelt des Transportgewerbes. Die Liebe zum Detail lässt die Kleinen die Funktionen im Großen begreifen. Wie bei allen Fahrzeugen aus dem Hause Bruder sind die technischen Funktionen so realitätsnah wie bei keinem Hersteller sonst. Ob in der Staplertechnik mit Europaletten oder mit den Containerwechselbrücken, die Bruderprodukte der Logistik-Serie folgen hier ebenso dem Prinzip der Detailtreue und der Multifunktionalität. ! ! Untertitelung des ZDF, 2020